Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Muscheln in Rotweinsauce. Muscheln diesmal mit Rotwein, anstatt mit Weißwein. Ein sehr schönes französisches Rezept. Für zwei bis drei Personen werden folgende Zutaten benötigt. 1,5 bis 2 Kilogramm Miesmuscheln. 0,4 Liter trockener Rotwein. 2 bis 3 Zwiebeln. 1 bis 2 Zehen Knoblauch. 2 Esslöffel Olivenöl. 2 Esslöffel Tomatenmark. Bunt Suppengrün. Lorbeerblatt. Frisch gemahlener Pfeffer. Mehr Salz. Folgende Utensilien werden benötigt. Großer Topf mit gut schließendem Deckel. Messer. Schneidebrett. Großes Sieb. Zubereitung. Säubern der Muscheln. Die Muscheln laut Anleitung küchenfertig vorbereiten. Rezept. Die Zwiebeln und den Knoblauch pellen, fein hacken und im Olivenöl im Topf glasig dünsten. Währenddessen das Suppengrün waschen und in mundgerechte nicht zu große Stücke schneiden. Zunächst das Tomatenmark in den Topf geben und kurz mitdünsten, dann das Suppengrün und das Lorbeerblatt. Umrühren und nach einigen Minuten den Rotwein angießen, sodass eine sämige Soße entsteht. Mit Salz und Pfeffer würzen und abschmecken. Diese noch ca. 10 Minuten köchen lassen, gegebenenfalls Wein nachgießen. Die Soße darf nicht zu dickflüssig sein. Den Herd auf große Hitze stellen und die Muscheln auf die Soße geben. Zugedeckt 10 Minuten dämpfen, dann gut umrühren und in einer großen Schüssel servieren. Zubereitung. Zunächst das angeschwitzte Gemüse mit dem Rotwein ablöschen und einige Minuten köcheln lassen. Punkt. Währenddessen die Muscheln gründlich waschen. Punkt. Nach dem Dämpfen sofort servieren. Mit knusprigem Bargett und einem trockenen Rotwein, z.B. aus dem Long Dock, servieren. Nach dem Garen fest geschlossene Muscheln sollte man aussortieren. Die Muscheln kann man einfach mit den Händen essen. Einfach eine leere Muschel benutzen, um eine andere Muschel aus der Schale zu lösen. Die reichlich vorhandene Soße mit dem Bargett aufsaugen. Als Beilagen eignen sich. Nach dem Garen fest geschlossene Muscheln sollte man aussortieren. Die Muscheln kann man einfach mit den Händen essen. Einfach eine leere Muschel benutzen, um eine andere Muschel aus der Schale zu lösen. Die reichlich vorhandene Soße mit dem Bargett aufsaugen. Hinweise. Nach dem Garen fest geschlossene Muscheln sollte man aussortieren. Die Muscheln kann man einfach mit den Händen essen. Einfach eine leere Muschel benutzen, um eine andere Muschel aus der Schale zu lösen. Die reichlich vorhandene Soße mit dem Bargett aufsaugen. Diese Varianten gibt es. Wer es scharf mag, kann eine in feine Streifen geschnittene, rote Chilischote oder Chilipulver zugeben. Der Gesundheitsschule wird aus der Schale zu lösen. Und die Position aisle mit der Schale zu lösen. Die Takemanüse wird sich coating. Die Dumm ist mit derszene Rote. Ist das socied das schlossene Rote. � exc bass. Vielen Dank.